mein moin und willkommen bei einer neuen folge let's kill colossal titan da wir es ja beim letzten mal nicht geschafft haben ihn zu besiegen setzen wir jetzt einfach alles dran ihn dieses mal zu besiegen sollen wir jetzt noch mal mit der strategie vom letzten mal versuchen ok 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 ich dachte nicht so eine große reichweite was wahrscheinlich so 50 meter weit weg eigentlich schon trotz und tot ok so nochmal hoch hey du lutscher warum bleibst du stehen nein ich bin tot scheiße ja alter ja einmal 600 sogar jetzt spawn doch wieder mensch dann brauchst du denn ich hole ihn mir nein nein ich wollte gerade weg wo ich seinen roten rauch gesehen habe aber diesmal fängt es gut an wenn wir glück haben sehen wir ihn jetzt sofort müssen wir dann noch die ganzen titans da töten das weiß ich nicht hey junge bleib doch stehen warum tust du mir das an hä wie bin ich denn gestorben ich sehe deine Leiche fliegen die fliegt ganz schön hoch muss man sagen hä aber wie bin ich denn gestorben junge komm mal nach unten da kommen ganz schön viele durch ich schaff die gar nicht alle ok ich komme warum fliege ich so weit weg nein ach so dahinten ich hole mir den weißen wenn ich schaffe junge schmeißt eigentlich der kolossel titan die steine oder wir schmeißen die da ist ein punk da ist ein weißer ganz hinten nein boah das wäre so ein geiler kill hast du den weißen ich bin hinterher ist der punk auch am laufen oder schmeißt er nur steine ich weiß es ich habe ihn nicht gesehen so hier ist keiner durch weiter sonst denke ich mal also ich hab ihn gesehen ok hast du die lage unter kontrolle oder soll ich dir helfen immer noch aber geht geht hier läuft aber gerade einer und du bist nicht da ja ok dann gehe ich wieder hoch ich war in seinem Arsch in seinem Arsch der nächste ist dort meinst du ja so du bist auch am Arsch habe ich gehört ich bin immer am Arsch äh da ist siehst du ist doch einer durchgekommen ach man ich habe aber keinen gesehen als sie wieder zurückgekommen ich auch nicht wie wie oh man das ist echt dumm ok das nächste mal wenn irgendwie einer ganz weit nach hinten läuft und ich den verfolge sage ich dir bescheid dann kommt einfach nach unten und dann geht alles fit ok mit wie ein Durmschuh so dann holen wir jetzt die ersten der punk der punk will nur auf einmal 47 ey nein scheiß punk ich konnte nur einmal im 47er land oh man ich konnte ihm was bis hin oh fuck ja ich versuche mich gerade so so den titan hoch hoch zu haken obwohl er nirgends so dranhakt hab ich gesehen und dann kommt einfach ein scheiß punk und killt mich einfach jetzt bewegt dich doch nicht so viel ok wenigstens zwei mal was gelandet äh äh dein todesschrei oder was ja man wird jetzt jedes mal so sein äh ok ok nein der punk kommt der punk will stressen ok ich bin grad am landen aber wenn ich Glück habe wird das richtig krass nein nein der punk kommt nicht nein der punk kommt nicht warum sind da unten denn punks die nerven mega warum sind die überhaupt so viele oder wieso spawnen auf einmal so viele punks warum bist du nicht tot weiß ich nicht weiß ich nicht weiß ich ja nicht nein jetzt bin ich tot und doch nicht der glühle ach der gelbe ding ins kam und ich bin nicht gestorben junge ja weil das war noch so ein stand alter was was ist das eigentlich für eine statur ohne witz das ist mega eklig ne puh ich kann mich einfach nirgends festhaken genau und dann schaffts auch nicht oh ich darf sich sterben jetzt auch von dem gelben Gas und der witz ich fang schon an zu heulen stinkt das so sehr oder was ja nein ich bin einfach nur so die pri ja ok ey ich muss einen wieder sauweiter folgen irgendwie kann ich den nicht dings treffen mit meinen greifhacken doch jetzt wen den titen natürlich komm mal runter warte ok ich komm ja ich bin tot hey ich kann den nicht mit meinen dings treffen mit meinen äh wie heißen die dinge ich bin ich sporne sofort sekunde dann geht einer rechts lang gerade ja ich bin ja ich glaub ich krieg den nicht mehr ich kann den nicht anhaken scheiße und ihr ist noch soweit warte warte scheiße nein hab ich nicht fuck ey wieso kann ich den nicht greifen ich verstehe es nicht ich musste die ganze zeit hinterher fliegen und den so versuchen zu treffen komisch egal spiel spakt egal wieso lebst du weiss ich nicht frag mich was einfacheres wahrscheinlich spawnst du zu spät nein nein oh fuck man ey das darf doch nicht wahr sein echte von chupa chup weißt du von chupa chups von chupa chups jetzt sei doch nicht auf seiner ok ok hä wie wie was mama oh man ich heul gleich auch du spring runter ich bin nicht gestorben warum stirbst du nicht weiß ich doch nicht ich glaub er mag dich ok nicht mehr das gibt's doch nicht immer wenn ich versuche an seinen Hals zu gehen macht er direkt seine Stinkbombe ich weiß ich weiß er ist echt nervig ok nächstes mal hab ich ok 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 zweimal hintereinander hat er jetzt gemacht ja irgendwie voll komisch er hat ja gar keinen Rhythmus wie kann man ihn dann besiegen ich bin bis zur anderen Seite der Stadt geflogen als ob du musst doch den Colossal Titan töten geh da wieder hin Junge ich was äh 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 ey das geht doch nicht aua er mag dich doch nicht ja hab ich gemerkt siehst du meine Leiche fliegen? Hallo Jakob ich seh dich jahhahaha oh man er hat eine Leiche geschändelt ja hab ich gemerkt Diesmal hab ich dazugelernt! Ui! Okay, diesmal hat er mich jetzt nicht so bekommen. Den hab ich gefiegt. Da kommen grad gar keine durch. Wie? Also... Nicht an seinem Arschloch! Nein! Gas! Gas! Ach, der lebt noch. Manche sind schneller als andere. Was? Manche sind schneller als andere. Oder es hört sich einfach nur von Schritten her an, weil die kleiner sind. Und kleine Schritte. Es gibt noch einen Gas! Oh, Gas! Ich glaub, ich sterbe gleich. Puh, doch nicht. Bitte, 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 bitte. Wenn das jetzt was wird, ne? Wenn das jetzt was wird, dann musst du mich Kamisa mannen. Niemals! Ja! Ist er tot? Nein! Als ob er nicht tot ist! Aber jetzt musst du mich Kamisa mannen. Ich kassiere 1600! Ich hab zweimal 1600! Ich hab zweimal 1600! Und er ist nicht tot? Also insgesamt 2200! Ach ja, 3200! Kannst du mir echt nicht erzählen! Anscheinend braucht er irgendwie sowas wie 50.000 oder so! 50.000! Das glaubst du selber nicht, oder? Ne, eigentlich nicht! Und ich mach... Ey, die Titans können so hoch springen wie der Colossal Titan, ne? Ja, ich weiß! Ja, und die machen das gerade! Die wollen nicht alle essen! Ne, du schmeckst nach Hühnchen! Nach Hühnchen? Nach Hühnchen? Nach Hühnchen? Nach Hühnchen? Nach Hühnchen? Nein! Hä? Wie denn? Aber boah, ich hatte sowieso fast keinen Gas mehr! Du musst jetzt auf jeden Fall überleben! Wir haben hier jetzt richtig gut am Sack, Alter! Ja, okay! Ist wohl grad alles fresh hier! Keine Panik! Ist grad keine Panik! Oh Junge! Ich sag auch noch an, ne? Und es passiert wirklich! Komm mal nach unten! Ich muss mal Dings holen! Schwerter! Äh, Sekunde! Okay, ich seh grad... Da kommen grad drei Stück auf einmal durch! Oh Gott! Hol dir neue Schwerte! Ich bin da! Oh fuck! Ja, warte! Den hol ich noch! Nein! Irgendwie nicht! Ja, hol die anderen! Okay! Ich hab noch ein Schwert! Das sollte reichen! Alle gehen in dieselbe Richtung! Ja, wieso kann ich die wieder nicht anhalten? Mein Gott nervt immer! Nein! Ich bin einmal vorbei! So, einen hab ich! Sekunde! Alle sind auf dem Weg! Äh... Ja! Junge! Ich häng die ganze Zeit dran! Geh mal zurück! Ich kümmer mich um den! Wenn ich ihn treffe! Nein! Fuck! Hast du ihn? Nein! Ich dachte du hast ihn jetzt! Warum greift er an? Weiß er nicht! Nein! Ich geh auf jeden Fall hier zum nächsten! Der kommt jetzt auch! Nein! Du wirst uns das jetzt nicht vermasseln! Lass mich an deinen Nacken! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh das wird knapp hier! Das wird knapp hier! Das wird knapp hier! Scheiße! Das wird knapp! Ich hab keine Schw... Nein! Ich hab keine Schwerte! Nein! 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 Warum kamen überhaupt drei Stück auf einmal durch? Weiß nicht! Lol! Endlich! Oh das gibt's doch nicht, alter! Hä das war voll scheiße! So... Letzter... Letzter Schlag! Ich berühr ihn grad am Nacken! Schalter kaputt! Das ist mega scheiße! Jetzt muss ich nochmal so viel zocken! Ja! Oh Junge! Das war schon mal echt gut, ne? Ja... Muss man sagen... Er macht das jetzt zwei miteinander, alter! Er macht am Anfang immer... Naja, aber nicht so heftig am Spam! Lol! Ja! Okay! Ist er tot? Nein! Ach du bist tot! Ich dachte schon... Freust dich schon so? Die Arschkrabbe... Junge! Richtig krass! Ich komm grad so hoch, ne? Ich komm... Aua! Man kann die doch blenden! Krass! Auf jeden Fall... Ich komm grad so hoch! Auf einmal hat er schon... So... So... Nein! Du bist gestorben! Schämlich! Ja, weil da ein Punk war... Und er wirft einfach eine Steine... Cross the Map... Headshot! Mensch... Kann man nüse in die Ernste! Fuck! Nein! Ich bin tot! Nein! Nein, 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 nein... Er vergaß dich! Er vergaß dich! Nein! Ne tut er nicht! Junge, ich komm hier einfach nicht weg! Tchuuu! Okay! Nein! Keine gute Idee! Das Gas, das stößt einen weg! Er lauf... Du musst auch hochlaufen! Mein... 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 Fuck, ich war auch dran! Ich wusste es! Ich wusste es irgendwie! Was? Dass du mich ja... Okay, ich bin tot! Ich versuchte 100 Jahre lang draufzukommen und killt er mich einfach! Das ist mega stressig, wenn du so lange da dranhängst, aber nicht hochkommst! Dann killt er dich! Nein! Diesmal... Boah, Junge! Ist das... Ist das stressig! Boah! Ich fühle sich bewegt, ey! Boah, Junge! Ist das stressig! Nein! Oh, das war klein! Ui! Hab ich ihn gesehen, bitte! Nein! 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 Ich wusste es doch! Wir haben es schon wieder nicht geschafft! Puh, schade! Schade! Ja, in dem Zeitpunkt, wo ich hätte respawnen müssen, bin ich gestorben! Ach, äh... Ist die... Ist die Aufnahme... Nicht die Aufnahme... Da spielst du eine Sor... Der Tag ist anstrengend! Der Tag ist heute irgendwie richtig anstrengend! So, Leute! Das war es heute wieder mit der Folge! Lasst eine positive Wertung da, falls es euch... gefallen hat, wie der Scheiß... Ein Like! Scheiß Teil uns geketert! Ihr verdammt der Hohensohn! Ein Like! Ein Like! Ein Like! Ein Like für jeden Tod, den wir zusammen hatten! Das heißt... 30 tot! Ihr müsst jetzt 30 Likes da lassen! Bei 30 Likes kommt ein neues Video! Scheiß! Bei 30... Bei 30... Bei 30 Likes... Leckt Jakob! Mein Arschlauch! M enfants! M戲! Hahahaha! G- meant! Sicherlich... Hahahaha! Scheiße! Wenn der sich jetzt wirklich 30 Likes… Mach es nicht zu dem Likes... Dann müsste mein Asschlauch lecken... Hahahaha! Das willst Du doch selber nicht! Hahahaha! Hahahaha! Zum Schluss kurz mit mir parem... Wir sind bei einem Mind weer... Hahahaha. Hahahaha! Hahahaha! Hey Leute... H choses eklig! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut rein Leute und ciao! Ciao!